herzlich willkommen zurück zu pokémon kristall part 3 mit mir frost extreme wir gehen jetzt erstmal durch die höhle ach so ich hab ja noch gar nicht hmm bon jazmau Gucken was in dem Pokéball drin ist. Oha! Gucken was gefangen kriegen. Drops ist immer geil. Ah cool wir haben es doch gefangen. Okay Pokéball. Na? Ich meine wir müssen erstmal den ersten Arenaort machen. Ich weiß aber nicht ob ich das jetzt von der Zeit her von der Aufnahme her schaffe. Ich mache immer so eine 10-15 Minuten Folge. Hallo. Ah das war jetzt. Hat nicht gerade viel abgezogen. Ah gut haben wir noch Glück gehabt. Oh fast Level 10. Erstmal Pokémon heilen. Und erstmal speichern. So. Ne ich will kein Onyx erstmal nicht. Oh nix zwar cool aber. So. 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 wir sind jetzt schon in der nächsten Stadt. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017